Hier wurde vor kurzem ein Hüterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. Der Elektronik ist komplett hinüber, aber ich kann die letzten Übertragungen rausholen. Wir konnten hier einen alten Info-Hub wiederherstellen, unten in den Tunneln. Das sollten wir uns ansehen. Eine Karte des gesamten Gebiets. Wir brauchen unbedingt einen Warpantrieb, damit wir zu jedem Planeten oder Mond springen können. Den meisten jedenfalls. Unsere einzige Hoffnung liegt am Fundort unseres Schiffs. Wir müssen zurück. Okay, da sind wir wieder. Scannen nach dem Warpantrieb. Schlechte Neuigkeiten. Ist schon in Gefallenen hin. Du hast gerade einen Archon erledigt. Und wir haben einen Warpantrieb. Wir haben einen Archon erledigt. Wir haben einen Archon erledigt.